Die zu veräußernde sanierte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Langenhagen. Das Mehrfamilienhaus wurde im Jahr 1964 erbaut und 2009 saniert. Das Objekt befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Keller. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 52 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 79.900 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Ich bin ein bade, ein Schlafzimmer, ein Schlafzimmer, ein Schlafzimmer, ein Schlafzimmer und ein Schlafzimmer. Vielen Dank.